Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Seit langem mal wieder ein Video von mir, jetzt heute hier im neuen Setting, neues Büro. Und es gibt aber auch noch einen anderen Grund, weshalb so lange Stille war auf diesem YouTube-Channel. Und zwar hat David, der Dozent, in der vergangenen Zeit ein neues Lehrkonzept entwickelt und durchgeführt und musste dafür selbst einige Videos produzieren, die leider noch nicht öffentlich zugänglich sind. Aber dieses Lehrkonzept werden wir gemeinsam auf dem Jungen Forum für Medien- und Hochschulentwicklung in Kaiserslautern Ende Juli 2018 vorstellen. Und deshalb frage ich hier David, was verbirgt sich denn hier im Lehrkonzept Medienkompetent präsentieren? Also das Ganze ist ein Schlüsselqualifikationskurs, und zwar der sich speziell der technischen Seite von Präsentationen, wie sie Studierende tagtäglich im Studium halten müssen, annimmt. Weil ich denke, dass das ein Themenfeld ist, was häufig zu wenig behandelt wird. Also es ist kein Rhetorikkurs, es ist kein Präsentationstraining, so von wegen, was mache ich mit meinen Händen oder wie kriege ich Lampenfieber in den Griff. Es ist aber auch kein Kurs, der behandelt, wie kann ich eine wissenschaftliche Präsentation aufbauen. Sondern es geht wirklich um die technische Seite von Präsentationen. Und das fängt da mit an, wie, warum passt der VGA-Stecker nicht in meine HDMI-Buchse an meinem Laptop? Und geht dann aber auch ganz speziell darauf ein, warum sollte ich den PowerPoint verwenden? Oder was für andere Tools gibt es noch? Man kann auch mit sehr vielen verschiedenen browserbasierten Tools präsentieren. Und es geht inzwischen auch sehr gut mit mobilen Endgeräten, das man präsentieren kann. Und das alles soll in dem Kurs beleuchtet werden. Und ich habe auch die Inhalte offen ins Netz gestellt, in ein Trello-Board. Also wer da möchte, kann sich das gerne anschauen und sich da einen Überblick verschaffen. Aber das ist auf jeden Fall der Fokus. Es geht um die technische Seite der Präsentation. Also das, wie kann ich eine Präsentation erstellen und sie dann halten? Und welche digitalen Medien können mich dabei am besten unterstützen? Das heißt, du machst einfach nur eine bessere EDV-Schulung? Naja, also nicht nur, weil eine EDV-Schulung an der Uni wäre ein bisschen, naja, oversized dafür. Oder ja, nicht genau das Richtige. In dem Seminar wird eigentlich vielmehr behandelt, dass die Leute sensibilisiert werden für das Thema, also die Studierenden, dass sie reflektiert an so einer Präsentation herangehen. Und eben auch dieser technischen Seite mehr Gewicht beimessen, als sie das vielleicht bisher getan haben oder vorher getan haben. Denn ich finde, also sie lernen ja nichts, also sie lernen schon was, aber das Lernen findet nicht statt, während dieses Wissen vermittelt wird. Sondern das eigentliche Lernen findet ja dann statt, wenn dieses Wissen in Beziehung gesetzt wird mit dem Studienalltag der Studierenden. Das heißt, wenn sie beobachten, was mache ich während meines Vortrags, was machen meine Kommilitoninnen und Kommilitonen während ihrer Referate, wie machen meine Professoren das während der Vorlesung. Und dieses Medienhandeln soll dann reflektiert werden und so soll der Frage nach dem Wie und Warum einfach mehr Raum eingeräumt werden, als der Frage, was eigentlich präsentiert wird. Und wieso reichst du das beim JFMH ein? Ich meine, was sollen denn die anderen Leute damit anfangen? Naja, ich will mittelfristig dieses Seminar als Open Educational Resources bereitstellen, also als OER. Und ich will auf dem JFMH diskutieren, wie die Rahmenbedingungen dafür sein können oder sollen. Das heißt, einerseits natürlich auch, ob Inhalte fehlen, die da unbedingt noch rein müssen. Und dann aber auch, wie kann denn so eine Bereitstellung gestaltet werden? Also das fängt bei so Sachen an mit, welche Plattform eignet sich dafür? Und aber auch, was für Detailformate sind die richtigen? Und gibt es überhaupt Bedarf für so eine Veranstaltung? Also all diese Dinge müssen da diskutiert werden. Ich habe dafür auch online ein Pad eingerichtet, wo jeder reinschreiben darf und lesen kann, was andere da reingeschrieben haben, um da mehr Input zu generieren und auch die Diskussion irgendwie nachhaltig zu gestalten und natürlich auch für mich zu dokumentieren. Und ich denke, das ist ein ganz guter Weg, einfach da frühzeitig andere Parteien einzubinden, weil letzten Endes sind das ja die Leute, die später darauf zurückgreifen sollen. Ja, cool. Das klingt nach einer spannenden Arbeitsphase. Und ich denke, wir werden auf dem JFMH viel Input und jede Menge Spaß haben. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Ciao. Ciao.